Was geht mal dem Freunde? Euer LittleRabbit ist wieder am Start zu einer neuen Folge, The Last of Us Part 2. So. Vor euch zum Lesen. Die Kombination ist immer noch unser Hochzeitstag. Moment, den Zettel muss ich mir jetzt mal in den Gitarren komplett durchlesen. Blablabla. Blablabla. Ist immer noch unser Hochzeitstag. Hochzeitstag, das ist 30 Jahre... Alter, bin ich erschrocken. Das ist 30 Jahre her, aber du weißt doch bestimmt noch wann. 30. Jahrestag. Das heißt, das ist auf jeden Fall 18 oder von 13 30 Jahre zurück. Das heißt... Boah, alter Rückwärtsrechnung ist nicht meine Stärke. Ich nehm den Taschenrechner. Sonst dauert das hier jetzt zu lange. Äh... 1983. 1983. Also 83 ist die letzte Zahl. Also... Achter, Zehnter... 83. Achter, Zehnter, 83. Achter... Zehnter... 83. Ja, Mann. Was hast du für mich? Was ist das? Mach bitte. Ah, lol. Ich hab jetzt... Ah, okay. Okay. Tresor trotzdem noch geknackt. So soll's sein. Okay, hier geht's nirgends wo mehr weiter. Also bleibt er entweder nur noch darüber oder Thor. Thor wird vermutlich zu sein. Ja, so wie immer. Ich muss da rein. Dann halt so. Vorsicht, Rutschgefahr auf Rampe. Was ist das? Vorsicht noch im Mülltonnen auf Rampe. Hä, aber wofür... Also entweder bin ich jetzt gerade wieder dumm, oder... Ich seh's einfach nur nicht. Also ich mein, diese Warnungweise mit der Rampe werden ja nicht umsonst stehen. Aber wenn ich da drauf bin, was soll ich da? Also ich mein, klar, da liegt irgendwas drauf, ja. Aber... So 90% werd ich da sowieso haben. Aber ich musste doch auch irgendwie weiterkommen. Hä? Das macht mich schon wieder fertig mal in die Warnung. Oder kann ich da irgendwo... Der was? Halt mich mal in die Warnung. Und jetzt... Danke, dass ich gut verstehe. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr... Du bist ja auch nicht mehr so, dass ich ihn ja wie viele auch nicht. Ich bin jetzt mal dabei. Das macht mich schon wieder. Ich bin ja auch nicht mehrshutig. das haben wir schrot munition okay die schrote so folgen ja gut jetzt bin ich hier oben aber was soll ich hier halt das laut ich glaube ich weiß was scheiße zu langsam Aber das Tor ist aber mega laut. Ich muss nämlich da oben hin. Das habe ich so verstanden. Meine Güte. Der ganz hinten ist das Krankenhaus. Ach du Scheiße. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Ich glaube das ist es. Achte aufs große rote Schild. Was steht das? Seattle. Konferenzzenter. Ok. Ich weiß nicht ob ich hier einfach runterjumpen sollte. Ich glaube nicht. Oh hier ist auch keine Scheibe auf. Von daher muss es dann der etwas lautere Weg sein. Dann müssen wir wohl da runter. Irgendwie. Ich bin unten. Dass man ab und zu so metallische Geräusche und alles hört. Das ist mir echt. Finde ich nicht cool. Das ist auf jeden Fall viel Stuff dran. Oh ja. Sehr viel Stuff. Kommt man da irgendwie rein? Kommt man wenn man will. Klasse. Ich sollte Dieb werden. Ich merke das schon. Siehste noch eine Sammelkarte. Nehmen wir mit. Siehste. Das ist auch cool. So. Einmal den Revolver nachhaben bitte. Sechs Schuss. So muss es sein. Da hat den keinen nicht nachladen. Aber egal. Mal auf den Schinken. So. Und weiter. Deine. Da hat sich. Nächste. Scheiß Wurf, geschieht dir recht. Verflucht. Verflucht. Alter. Muss es jetzt sein, auch mit der Melodie, ich kann nicht mehr die Taschenlampe anmachen. Das wird scheiße. Ich will nicht. Oh! Oh! Stalker! Fuck! Ich muss hier rausfinden. Ich muss hier rausfinden. Ich muss hier rausfinden. Okay. Oh fuck! Kann das Viech jetzt mal sterben? Oh fuck! Ah ja, moin! Man sieht sie halt wirklich nicht. Ach du Scheiße. Und... ... 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 Ah, scheiße! Ah, ja, moin. Alter, wie soll man das denn bitte schaffen? Ich renne jetzt durch, drauf geschissen, verpisst euch einfach. Oh. 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 Oh, 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 oh. Geh weg! Huh! 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 Hallo! 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 Ja, durchrennen kann man auch nicht, als ob ich die jetzt alle nach und nach töten soll, das sind viel zu viele. Und greifen die erst den Verborgenen an, ja, super. Und wie kann ich die Spasten umgehen? Oh nein, die weicht doch aus, Mann! Huh! Huh! Ja, keine Chance. Es ist nicht möglich, Alter. Ich töte die doch jetzt nicht nach und nach. Voll nicht verarschen, aber was. Ja, und um an denen vorbei zu laufen, sind das viel zu viele. Ja, er greift mich schon an. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, renn doch! Oh, ja, ich glaube noch. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hä? Und jetzt? Okay. Runter zur Straße. Mach auf! Ja, natürlich. Das ist auch schon so eine Sache, Alter, mit Klickern und so zusammen. Boah, Alter, da hab ich Bock drauf, ey. Okay. 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 Oh, jetzt kommt der an, natürlich. Mann, ey. Ja, natürlich. Verpiss dich. Woah. Mach, 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 mach! Oh shit! Oh! PX-PAP! WOOOOOO! Come on! Ah, johan, du, Feb! Alter. Oh, sauber. Und in die Kanalisation. Aua. Ja, erstmal bandagieren. Am besten gleich auch direkt zweimal. Äh. Gut. Mit leise Wabe ist jetzt nicht so wirklich unbedingt etwas wie, oben. b nochmal, unten. Ausíten. Ausíten. Besование! Ausíten. Oh man, wir чувствуем двухtachen Session Oh shit Alter Na bitte Schon wieder halbherzen Faktor litten hier Schaut Schaut Geschafft Er lebt mich fett. Alter. Okay. Du bist hier. Und das Krankenhaus ist hier. Naja, wenn man das noch Park nennen mag. Was war das? Da hat auf jeden Fall ein Typ gerade gepfiffen. Das war kein... Vogel. Oh, shit. Hab ich mich erschrocken, Alter. Oh. Ach, ja. Mal den Wunder. Jetzt haben wir da so komische Waldspacken am Arsch. Wer zur Hölle? Wer zur Hölle? Ich lass dir einfach mal... Oh. Ich lass dir einfach... Oh. Oh. Und ich lass dir einfach... Oh. Oh. Ich lass die einfach mal vorbeiziehen, ich glaub das ist besser für mich gerade Oder sie fangen einfach an mich herum zu patrouillieren, geht natürlich auch Oh dreck so Okay. Oh, okay. Boo. Wo ist der andere jetzt? Da Wo hab ich den Dude denn jetzt weggesnackt? Scheiße Ah hier Okay Ich seh gerade keinen Ich weiß die Folge geht jetzt ein bisschen länger Ist mir jetzt egal Obwohl ich glaube nämlich dass Da der ein Lager ist Diese komischen Buschmenschen oder Keine Ahnung wie die heißen Oder wie die sich nennen wollen Ähm Ja mal eben Freunde Wenn es euch gefallen hat Lasst mich wissen mit einer positiven Bewertung Positiven Kommentar oder auch ein Abo Wenn ihr neu auf dem Kanal seid Und Eule Rebet Sagt vielen Dank fürs Zuschauen Und haut rein